Teamwork Teamwork Das ist ein Halbprivatkurs. Der Unterrichtsort ist frei wählbar und die Lektionen dauern 60 Minuten. Grammatik, Konversationskurse oder eine Kombination daraus? Sie und Ihr Lernpartner bestimmen, was Sie lernen möchten und wir stellen Ihnen einen individuellen Kurs zusammen. Sind Sie öfters im Ausland? Via Skype können Sie den Kurs trotzdem weiterfahren. Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Bis bald!